Geldjäger Oh ganz unten ist Followering Ja das war so neues, aber das hat mir irgendwie gar nicht gefallen So einen komischen roten Zettel dran Jetzt nochmal ganz kurz die neue Sichel Rot Rot F6 und F7 Dann gehst du mich weiter Achso, gehst du noch mehr Superstar outfit Da kennst du mich leichter Bin nicht schwer zu sehen dann Stellt dein Auto wieder irgendwo Irgendwo da oben Dein Auto ist immer irgendwo Hinter uns ist nochmal eine Kiste gespauern dort Soll ich nicht hochfahren? Das ist weit weg Dein Auto Wir können zuerst eine Kiste Kann ich nicht beschwören? Stimmt, ich glaube Ich glaube Ich glaube Irgendwas war voll mit Autofärben auch Kann ich das hier machen? Ausrüstung Parki Upgrades Kann ich das bei ihm machen? Was genau muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali Er ist am Kraftwerk Ohne sie kann er nichts machen Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom Das heißt, wenn er vorher keinen gewischt kriegt Er meint ja Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weichei Ich hab mal gesehen, wie ein Typ versucht hat Eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen Während der Strom an war Er meint es aber gut Also, hör mir zu Zwei Dinge stehen auf deinem Plan Nummer eins Wie gesagt, bring ihm die Sicherung Nummer zwei Wir brauchen eine funktionierende Isolierung Sonst knallt die Sicherung durch Sobald er den Schalter drückt Er meint, die alten halten noch Aber ich... Tiermeister, was hat der sonst noch? Hm... Tiermeister, was hat der sonst noch? Bei Vorstand irgendwas von Farben freigeschalten Du kannst am Auto selber machen Achso, hier ist noch eine Wackelpuppe Ich weiß nicht, ob die Vision ist Wo ist er? Ah, hier kannst du das Fahrzeug zurück... Achso, das hast du schon Ah, hier drin bei ihm Oh, nice Das Auto selber konnte ich grad nix tun, oder? Position zurücksetzen Halten um abzugraden und dann kannst du oben anpassen Achso Ahja, stimmt True, true, true Zubehör Die Wackelpuppe sind fürs Auto Zorn der Wü... Holy shit, was ist die Lackierung? Reicht das jetzt? Nee Ach, die kann ich gar nicht, oder was? Ja, das geht gar nicht Ja doch Geht schon Das sieht ja gar nicht so aus Was? Ist das weil der noch gar nix drauf hat, maybe? Wahrscheinlich deswegen Ja, das sieht halt hier Michael sieht ja mega geil aus Und hier sieht dann gar nix aus Achso, wir haben da noch gar nix drauf Ich glaube, da müssen wir erst noch rauf werden Dahinter sich ja nur die Farbe hinten von den kleinen Ecken drinnen Au Kommt da einer besuchen Nein Jetzt nicht mehr Weil ist das nicht der Gegenüber? Ah nee Uff, vielleicht hätte ich hier reparieren sollen Da ist immer noch alles ziemlich da an Ich hab mir jetzt grad repariert Ich seh hier gar nix, Alter Ich fahr hier einfach immer auf gut Glück Haha Hahahaha 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 Alter, da ist wieder so ein blaues Icon Von so einem Typ, der bedrängt wird von irgendjemand oder nicht So ist weiter, halt Ich seh mit jedem Baum mit, Alter Ja, ich fahr einfach du wie ich Hahahaha Ich nehme jetzt die Straße, halt der Fuck das Hahahaha 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 Einfach du wie ich irgendwo Zieh mir einfach deine Ruhe, die du hinterlässt Spur aus Verwüstung Ah, da ist so ein Hochjägersitz Okay, den müssen wir verteidigen Oder was? Da braucht die Hilfe da oben Was los? Hallo Fremder Wollt ihr etwas kaufen? Eine Spitzhacke Nur noch für kurze Zeit Ach, der wird uns jetzt mega einen Scheiß Andrehen Jetzt wo wir grad mega abgelöst haben Jaja Hahahaha Hat der irgendwas Ist grad dabei? Auffällige Machete Hahahaha 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 Neuer Bogen Den mir Damage ist Hahahaha 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 Ich hab die beste Ausrüstung Ich konnte mir halt so einen Bogen herstellen Stimmt, ich wollte schauen, wie der aussieht Jetzt sollte man alles reloaden kurz Hey, das sieht sogar anders aus mit dem Bogen jetzt Wie sieht So ein richtiger Jägerbogen Oh, der ist nice Mit Scope und allem Ähm Mit Distanzmesser Alles drauf Hallo Fender Wollen Sie etwas kaufen? Hat der Munition auch noch, oder nicht? Alle drauffüllen, was der irgendwie hat Let's go Warte, was mussten wir jetzt bei dem machen? Weil der ist immer noch so eine blaue Markierung bei dem Irgendwas oben am Dach drauf Irgendwas oben am Dach drauf Sie sind aus der Stadt Kommen Sie Und sieh sich mein Wagen So Na, dann zeigt er wieder drunter Oder das ist einfach nur, weil der Händler halt für kurze Zeit da ist oder so Ja Maybe Vielleicht sind das irgendwie so limitierte Händler einfach nur Und schauen Sie was es gibt Was ist denn hier? Ist unten oder oben auf der Brücke wieder drauf? Ja, ist das oben Ja 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 Gleit Burnout Easy Gehen wir mal kurz Bogen testen Holy Shit Der zieht ordentlich Ich glaub der repetiert schneller bräuchte wieder ein stoß auf mein auto dann ja kurz um zeigen überleben kämpfen ganzwegs ich glaube die skalieren auch wieder mit mit uns einfach bei waffen wurden ja mit der zeit auch wieder schlechter dropkick wenn meine waffe das bisschen durch aber ich kurz für einen von den geld da kommt immer ganz schön viel hier am land so viel können gar nicht mehr da sein neue kraft stufe oder auf den leuchtenmast müssen wir hoch oder auf die antenne giga hoch geht dann das klettern da kann man sich da einfach festhalten an dem eck ja 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 genau wie sich das ausgeht was sein klettern fucking uff einfach hier so an den dingern hoch oder ja und dann balanciert er einfach da oben ganz oben einmal runter drücken ein bisschen glaube ich oder hier rein geldbörse batzig geräten die kraft auf einmal rein wie halten das schön aus aristen gezogen nach einer isolierung und sagen dass es da vorne ist oder sie sehen was soll passieren box hat das hoaxi mal angezeigt vielleicht kann man von unten hochhucken oder wo wir hin aber jemand aus dem herzen geholt ich bin weggefunden kann ich noch ja ja easy das ist ganz hoch gehockt oder bist du mich jetzt zeig dir den hook an deswegen dachte ich mir jetzt kann man es auch machen wohl ja nicht da kann sich auf die erste karte jogen was da da hat er ausgelassen einfach also so groß da durch da komme ich mir durch zu oben ob gar nicht so ja. Dass ich mich von draußen nicht hucken oder festhalten so. Einfach runtertreten oder was? Oder was? Mit dem Fuß runtertreten. Darfst du das Ding jetzt oder was? Ich konnte was runtertreten, ja. Ich glaubste Hannes auch. Ich komm hier grad nicht mehr hoch, ich bin grad zu dumm für Hannes. Jetzt, ja. Ich mir so hinsetze und dann. Soll ich dir nachtreten gerade? Okay. Ich glaub wir sind noch nicht fertig. Doch, wir müssen unten looten. Ui. Da unten gibt's Loot oder was? Ja die Dinger müssen wir eins haben, weil du grad runtergetreten hast. So, so geht die Quest. Okay, got it. Oh, oh. Achso, ich brauche noch. Dreimal exakt selber Flöger. Ich bin jetzt ins Klettern gemacht. So ein Dreck. Also klettern gehen wir nächstes Jahr schon mal. Ich hab keine Wettkitz. Oh, ich hab noch rein, zwei. Ich muss mein Auto einmal anstupsen. Oh. Und zwar hier noch. Das shit, wie vieler als Seitenlager. Oh da, war dein Gigaspeen grad. Kann ich's mit dem Hook? Genau, ja. Sei mir so lieb und so gegangen und weg damit. Saved. Alleine ist das ja mega, wenn du das nicht umdrehen kannst. Ganz sicher irgendwie tunen und so. Unfall ist passiert. Bei mir ist schon ein bisschen alles laut, oder? Nee, doch nicht. Gerade nicht. Guck mal da überhaupt rauf irgendwo. Das sieht nach Felsen aus. Nach vielen Felsen. Ich bin schon nach rechts abgebogen ein bisschen. Okay. Hier haben wir wieder so eine Höhle sonst. Ist das noch weit weg von uns? Sonst können wir die Höhle machen. Doch, das ist ja scheiße weit weg. Ja, dann können wir gleich hier. Das ist ja im Arsch der Welt, ja. Mal schauen, vielleicht können wir das hier machen. Wenn ich da runterspringe, ist mein Fahrzeug da auch nicht? Ich try mal. Aha. Mail brauche ich gleich einen Turn. Problem. Habe Problem. Ich sehe dein Problem. Ne, man kann das umtreten einfach. Na fuck? Fuss umhauen. wir können hier oben ganz ohne schweres schloss schweres schloss ich sehe hier noch mal kurz Fenster zu machen gabelchen was hast du für eine wikinger axt die gab es im shop damn son jetzt wird schon echt Geld reingeclashed oder was nein ich meine nicht die war besser als meine waffe deswegen 50 euro wieder hier rein auch mal da geht es immer ziemlich tief rein wie es aussieht ich dachte wir haben nicht so viel viel wir sind auch hocken ich wollte den Sniperbogen raus der Sniperbogen wurde ausgepackt wenn die hochkommt wieder kommt wie sie halbiert da drüben noch einer da drüben ist noch einer hier ist ein Bett renntrophäe ist hier neben dem ahja wohl kannst sicher irgendwie drauf montieren oder so da geht es weiter geht es wieder raus wir müssen da rüber rechts da hat zwei Eingänge hier das ist jetzt wieder zum tauchen hör mir auf ich sehe hier gar nichts grad das Tal ist hier so am Schimmern um nächstes Status Aktivität verstärkt es sogar ok das sieht nicht gesund aus für uns aber wir gehen rüber ja so gesund aus wenn wir da runterfallen ich meine ich bin immer eine Waffe oder ich hab den der Schuss in die Eier alles rauf wollte den hat er nicht kommen sehen ok Tarnung ja das sind eh solche ok let's go warte hab ich den grad geklickt what warte 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 wann kann man die großen Mutanten klicken damit ich glaub dein Bogen ist grad hinterher mega overpowered oder so ich weiß nicht der macht ja 380 der Bogen der andere war ja 120 oder so what the chill ich schieß den halt die ganze Zeit ab don't die jetzt bin ich baby tot alter ich werd hier unter Wasser gedrückt grad ich bin dead big oof alter big oof big oof oh da kommen nochmal zwei stück uf noch hast Zeit ist nämlich wegen dem falschen Wustern die da ist er Sarku rein hier bist wieder da die kommen doch raus zu kochen ja ja ich glaub wir müssen wieder die Dinger suchen gehen es ist noch nicht tot was wir hier haben ich seh halt nix jetzt glaub ich dead oder ne doch nicht jetzt ich werd ins Wasser gedrückt ja ja das war mir auch geholfen muss über die Pfeile muss über die Pfeile looten ich kletter mich hier kurz hoch ich glaub wir sollten einfach weiter pushen oder oder ist naja auf der Folge abgehängt jens dann auf der Seite über dem Stein hoch da ist gleich das nächste Nest oh jetzt hab ich Pfeile Feuerpfeile wie hab ich die jetzt geswitcht ehre 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 wir jumpen da rüber aber die Dinger killen schnell glaub ich sonst spawnen dort immer und immer wieder was da kommen wir glaub ich nicht weit alter ich kann mit dem Boden nicht schießen ich wär so oft in Folge angesprungen einfach da müssen wir zu anderen Waffen greifen da müssen wir zu anderen Waffen greifen so gut ok das Nest hier ist auch down du hast auch den Madkit gedroppt ist er da drüben auch noch hoch bei dir? oder hast du schon eins da oben? mir ist gut ja hast du dann muss noch irgendwo eins sein hier drüben hier drüben glaube ich von mir gehts hier zumindest rein hier ist noch eins oh mein Gott er springt mich wieder nieder geh weg geh weg passt auf uuuh brauchst jetzt den Hook wieder ja weil wir einmal kompletten DC hatten gerade eben oh mein Gott alter dieser Spam halt einfach dem niederspring ihn ich komm hier den weg ich kann die Waffe nicht mehr reloaden lass mich irgendwo hin hooken ich bin down ich komm hier überhaupt nicht weg die Spam springen mich einfach nieder grad ich weiß nicht ob du da auch rüber kommst da sind zwei auf mir am lunchen oh oh uff fünf Sekunden nur noch uff uff die zwei die haben nicht aufgehört mich anzuspringen auch die ganze Zeit ich wollte die ganze Zeit die Schotty nachladen bis gegen einfach nieder aber es wird dauernd das versteck oder ja das versteck wird dauernd aber eins muss noch sein weil sonst wäre ja glaube ich abgeschlossen dabei gestanden ich schau mir das vor aber man was ist der denn bei uns bisschen Kaffee und der Klinge vorbeifliegt ja ja das ist halt irgendwo Spam drücken irgendwo findest du schmucken dann ja 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 dann bist du schon hundert Meter vorne ich hab grad vorher was geskillt da stand dabei ich kein instant Freibreaker ich glaub das geht nicht ja du bist das Pedalsymbol stimmt ja hat das dann jetzt schon gezählt ja sind wir hundert Prozent fertig ok dann noch rein Skillboyen dann können wir hier reinballern oh nur noch zwei Skillpunkte aber Kraft dann krieg ich den Endskilltrade dann müssen wir in den Schläge noch stärker oder sowas was geht das das weiß ich gerade noch so nicht der ist so ein Bigboy ein Bigboy ja ja was hat der vor ok das geht nicht das geht leider nicht das geht leider nicht sind wir auch runtergesprochen und haben beide mitgenommen so nicht oh oh der liegt unter dem Auto fahr der hat sich komplett verkeilt beim Hinterrad ey man ich bin safe acht Schrauben reparieren ok mein Auto war der wir am Arsch so dann müssen wir jetzt da links rüber wow der schaut bei mir rein hier kann ich den am Baum abhängen ja du musst dann irgendwie deine Movement Keys drücken dann kannst du dich abschütteln ja einfach gegen den Baum fahren müssen wir mit der Seite wieder runter ok wie müssen wir da rüber da über Autobahn glaube ich geht nur hinter uns ja die reden ordentlich was nach gerade die machen mich hier gerade fertig so wohin? zur Autobahn rüber da kommen wir durch Richtung Orange gerade oh mein Gott alter ich komme ja nicht wie den Wald durch darfst nicht voll Wege drücken musst du dich durchschümmeln ich bin mir komplett voll drauf neue Fahrerstufe ich fahre halt komplett am Boden ein und kommt dann neue Fahrerstufe nice joke game ich wollte einen mitnehmen Minibaum in irgendeinem Game war das denn in Farcray in Farcray kommt es wenigstens zu kleine Bäume überfahren die ganze Zeit so hier ist meine normale Straße let's go ich bin auch auf einer Straße gelandet nice da ist eine Autobahn ich warte hier noch mal so ein Unterschlupf das sind mehrere ich meine wir können hier eigentlich sonst beide auch machen oder zumindest den sollen wir den Safe Spot zuerst holen da rechts nehmen wir uns ist so ein rotes Haus oder hoch irgendwie damn diese Rückwärts Skills war ich da gerade raus irgendwie da komm ich nicht rauf da muss ich ohne Auto da gehen wir ohne Auto alter die raiden halt mein Auto bis zur Unendlichkeit weg ah fuck dann parken wir das Auto hier alles klar du bist schon noch weiter hochgekommen ein bisschen ja Höö geht das? was geht nicht ach komm was ah ist doch er mit dir gegen's oh ja jetzt hab ich's auch der begrüßungsschuss Begrüßungsschuss Dropkick immer noch witzig K-Boom Snipe danke für drei Monate Reesup man vielen vielen Dank hier ist eine Schanze by the way oooooh baby da ist Auto so down wenn ich da springe wahrscheinlich ah ne da ist so ein schöner Weg runter auch jetzt müssen wir fast hier hochfahren geht keine Ahnung Survivors Inside ok da ist mal so ein Sicherungskasten ich weiß gar nicht was man da drin legen muss in Nihilorfer damit man zu einer Surf kommt ich hab da ein einzig mal Clear Run gemacht da drin ach komm was war das jetzt ich will den Turm hoch Premium Zigaretten ach so einmal mega nicht Uhr auf ok nice aus die Teile wie was war das jetzt ich will den Turm hoch ja das ist ja jetzt wieder raus erstmal ich will den Turm hoch nochmal ich will den Turm hoch das ist ja jetzt wieder raus erstmal ich will den Turm hoch ja doch er meint er ist mehr als nur tot ach was baut man denn hier oben ich sehe dieser side jump killt mich noch mal irgendwann warum versuche ich mich hoch zu hucken wenn ich die lehrt ist und er kann nicht greifen ja ich stirb sobald du spammst das wird ja fast ausgelassen ich bin etwas wieder durchgesprungen holen das ist schrecklich er geht wieder für den try ich bin irgendwo stehen geblieben ich muss gerade sagen ich stehe kurze überlegung da ist sie leider aber ich bin zu hoch glaube ich ist ja nicht wieder so ein fähnchen oder so irgendwas da ist ein entwurf ganz oben in der schatzkiste nämlich eiskalter gel da ist diese piratenruhe aber stromeinschalten ist glaube ich woanders ich glaube ich habe sie ich bin mega in verleitung hier in diese sicherheit zu springen oder so inaktive sicherheitszone ok und fehlende elektrizität ok ich sehe wie geht sich das aus von hier oben das sind vor da unten sind blaue säcke am dach am dach moment ja je ja ja als ob das funktioniert ich sehe schon wie das gleich schief geht liebe mama hilf mir oh holy shit da sind ja nur ein paar metalldosen drin was soll passieren warum liegt der hier hinterhalb zerstückelt in der luft grad ist das bei dir auch also hängt der in der luft ja 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 so komplett zerhakt einfach mach mal deine tasche nicht los du hörst deine auch an haha so sorry haha hier auch mittel du musst im arsch sein ja ist es mehr als nur die knie klappt man im arsch da ist alles im arsch wenn du von dem turm runter springst dann sind deine knie irgendwo in deinem Kopf drin haha ich glaube nicht dass du einen Sprung von den 50-100m irgendwie turm überlebst oh heftige machete interesting noch irgendwas da außen auch so eine mülltonne paar metallteile ok wird noch markiert ja wir können es dann versorgen schalten sie den strom wieder ein um die sicherheitszone freizuschalten irgendwie strom müssen wir noch woanders einschalten müssen wir wahrscheinlich irgendwo vielleicht drüben weil von hier oder ah ne da haben wir mal ich dachte grad das seite ist doch oben nicht nur eingeschaltet war halt leer oder was ja eben da kam irgendwie eine meldung da kam ja eine meldung ja jetzt müssen wir da generell irgendwie das stromnetz wieder aktivieren oder so es führt dort auch kein Kabel hin dass es irgendwie erläutern würde oder so es führt ein Kabel da runter hm das ist für eine mega süße Seilerrutsche naja hier sind mehrere da vorne geht dort auch eine von ganz oben fast ja unser Auto steht halt hier drüben nein zu den Autos den gekehlt? ne ok den kehle ich nicht wieder neben dem Auto und den darf sich selber kümmern ach komm den da wieder in die Luft jagd kommt der zu gut Autobahn fahren Burnout machen geh weg oder sollen wir zuerst die die rote Ding hinter uns auch noch clearn das ist nämlich auch gleich hier irgendwo da stehen wir irgendwie direkt drauf fast ach hier ist das wieder das unter uns oder? oder? ich glaube es ist die Höhle ja egal also der Tunnel ja das ist glaube ich wieder der Tunnel ich war kurz mit dir wieder ja ich glaube Strom Quest 3 warte wir sind jetzt nicht mit runter ok naja mal ich habe dich in ein Auto gebracht ach so na dann schauen wir uns das Tunnel das Problem hier nochmal an schauen wir ob wir diesmal den Typen finden oh mein Gott alter für ein TASKE total Schaden hat jetzt ich glaube ich hänge im Baum ey man machen die da vorne nice meine Karre ist stuck drecks Karre ich dachte gerade ich habe Scheisse gebaut hol er mit dir weg Auto steht perfekt sehr gut fucking nailed it man du hast einen Pfeil in der Brust Bruder und du schießt gleich verstanden Brudi so jetzt müssen wir herausfinden wo da diese komischen Typen im Boden festgenagelt sind ob es da auch irgendwo unten reingeht oder so jetzt ah ne da im Zuge ist einer lol dass wir das vorher nicht gesehen haben ich bin ziemlich sicher dass die nicht da waren was da what da noo die haben wir hoch ja der war zu 100% nicht da weil hier waren wir vorher drinnen dann wussten wir wahrscheinlich echt dass die Quest machen damit wir die sehen können wow alter der macht damage wo ist weiter in den Berührten ich weiß nicht das hab ich mir vergessen alter wie viel wollen wir jetzt reinkommen man ich was will ich hier grad tun auf einmal sie sich hier drei Typen drehen da kamen 5 in den Container rein das ist einfach Massenschlägerei auf einmal was sollte das jetzt na wir sporten direkt davor schau mal ob hier noch welche sind hier what the fuck Joseph in den Zugabteilen sind die überall drinnen wo wir reinkön den haben wir gekehrt da ist keiner also durchrennen da oben ist ja einer auf dem Zug drauf ahja die waren nie da ja ja ich sag ja die hätten wir auch gesehen da war auch down dann vielleicht irgendeiner der loot hier wieder respawnt ahja loot hier wieder respawnt ja ist kein da wollte es einer rufen ist er hier drinnen ahja ja hier hinten na dann müssen wir gleich nur noch den Rest gehen von denen what da fuckt mein Schuss grad du seht das da noch ein paar wieso das auch gefährlich da das Icon ist verschwunden aber es sind immer noch welche drinnen hier ja müssen wir den Rest noch clear Folge abgehängt wir stehen doch da irgendwo hä da ist er macht er nix mehr jetzt mey wie ist der Munitionswagen wieder voll jetzt aber da steht immer noch Nest Status verstärkte Schattenjäger Aktivität ich glaube wir müssen das echt irgendwie clearen damit wir den Abschluss für die für die EP kriegen oder